Hey und ganz herzlich willkommen auf unserem Kanal und zu einem neuen Video von uns. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das sehr gerne tun. Heute ein Partner-Look. Wir sind cool. Genau. Wir machen heute ein Video. Echt? Wir machen ein Video. Wirklich? Wir gucken uns gleich ein Video an, wo Tiere versteckt sind. Oder irgendwelche Gegenstände. Und Gegenstände, die man nicht leicht finden kann. Und dann haben wir uns so eine App runtergeladen mit einem Buzzer. Das ist der Buzzer. Und da drücken wir dann drauf, wenn wir diesen Gegenstand oder Tier oder was gefunden haben. Genau. Wer es zuerst gefunden hat, der drückt drauf und dann zeigen wir es. Genau. Genau. Und ihr könnt natürlich auch mitraten, wenn ihr wollt. Genau. Los geht's! Ja. 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 Ja, genau. Krass. Okay. Ja. Da ist er auch. Und da ist er. Ja. 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 Da oben im Fenster. Ja. Was macht denn das Pferde Fenster? Das ist unfair. Oh Gott. Ich habe es auch mal gesehen. Ja jetzt. Das fällt direkt ins Auge jetzt. Was macht ein Pferde Fenster? Ich hab die ganze Zeit hier geguckt. Ich hab auch erst da geguckt. Das ist da oben in der Ecke. Habt ihr das auch gesehen? War die schneller zu sehen? Das find ich jetzt. Auf gar keinen Fall. Ach wie krass. Oha. Ihr Wahnsinn. Jo moin. Jo moin. Habt ihr einen Sohn? Nein, nein, nein. Daaa! Finde den Bär. Finde das Bier. Das Bier? Hä? Hä? Da ist keine... Nein! So! Wow! Da ist sie! Siehst du das da oben? Ach! Ja, genau das! Das war mein Schwerbesuch! Das geht gar nicht. Änder die Katze! Alter! Hm? Ich will das finden! Hm! Das gibt's doch nicht! Wenn er jetzt wieder so eine Scheiß-Zeichentrick-Katze ist! Mhm! Ich glaub nicht! Aber ich seh nichts! Vier Sekunden nur noch! Drei, zwei, eins! Da unten? Das hatte ich auch eben gedacht, aber... Ne! Ah! Du riechst ja! Ah! Oh nein! Oh, gar gar nicht! Finde den Panda! Finde den Panda! Yo! So einen Pinguin habe ich schon mal! Ja! Ich glaub ich kann... Wo denn? Ja! Das könnte sein! Ja! 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 Warte ich mal auf! Echt! Schmetterling! Unterfliege! Das hab ich auch... Obwohl das... Aber das kann das nicht sein! Das ist alles! Fail! Aber vielleicht schon! Vielleicht schon! Das muss das sein! Das ist das Sonderfond nicht! Doch! Nicht? Glaube ich nicht! Ich glaub... Glaubst du nicht? Nein! Doch! Doch! Ist er wohl! Aber das sieht aus wie ein Blatt! Hätte ich nicht gedacht! Ich bin in dem Hund! Oh! Wieder so eine Scheiße! Ist doch geil! Oben, rechts in der Ecke! In dem Baum! Ja! Ja! Egal! Das ist gute Musik! Tschüss! Ich spinne die Schlange! Ja! Ich hab's auch grad gesehen! Ja! Mit ner Maumägen! Jawoll! Ich spinne! Mitten drauf! Ja! Direkt gesehen! Krass! Krass! Das finde ich jetzt nicht das Schwerste! Mhm! Genau! Was? Oh nein! Ich bin doch eigentlich das Tier! Was ist das für eine Werbung? Ja, weiß ich nicht! Ja! 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Um mal zu stehen! Eindeutig! Boi! Well done! You did it! Süß! Ja! Boah! Da! Ja! Oh! Oh! Mein erster! Links! Auf dem Ast sitzt ein Wunsch! Here is it! Here it is! Here it is! Drafen! Was machst du? Ich muss erst mal lesen! Was? Wo? Da! Oh! Das sieht man direkt! Ich muss erst mal lesen! Da brauche ich gar nicht lesen! Da braucht man nicht lesen! Sind wir noch bei Level 1, ne? Nee, eigentlich ist das kein Level. Ach nee, das ist ja gar kein Level. Oh! 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 Kann ich gar nicht abstimmen, dass du bei dir bist! Genau! Das ist ja noch von andersrum! Ja! Würde ich auch sagen! Ist ja doof! Ja! Ach da! Da war krass! Ja! Da hab ich auch die ganze Zeit hin geguckt! Ja, da hab ich auch die ganze Zeit hin geguckt! In der Mitte zentral, ja! Ja! Seht mal so ein paar Hähnchen! Ein paar Hähnchen! Ein paar Hähnchen! Ein paar Hähnchen! Yay! Ja! 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 Die India! Nein! Vicky Food! Ja! Donuts. Ist das nicht das flache Ding da? Das ist die Rinde. Das ist ein Gesicht. Siehst du? Siehst du? Du hast aber vorher nicht gewartet. Zwei. Du hast. Siehst du? Ich hab das. Ja, ich hab das. Ich hab das schon in die Bräunchen. Das ist schon in die Bräunchen. Ja. Der. Letzte. Was da? Aha, eine Schulter ausgegoogelt. Oh Mann. Immer wenn du passest, finde ich das. Toll. Das war's mit unserem Video. Danke fürs Einschalten. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und abonnier den Kanal. Yes. Bis zum nächsten Mal. Tschö.